Moin Freunde! So, es ist wieder soweit und zwar gibt es eine neue Sivi-Verlosung. So, und jetzt verlose ich mal was ganz Besonderes und zwar verlose ich etwas von meinen Freunden von mystickcar.de. Ja, das habt ihr letztens bestimmt schon gesehen in der Folge oder in der Sendung, der Sivi empfiehlt. Das sind die Jungs und Mädels, die euch für eure Autos oder für euer Moped oder weiß der Geier was oder für eure Fenster Schriftzüge machen, die echt cool aussehen. So, und da ich natürlich gerne wollte, dass meine Sivianerinnen und Sivianer die Möglichkeit haben, sich auch sowas Schönes aufs Auto kleben zu können, verlose ich insgesamt sechs Stück. So, ich zeige euch die mal. Die sind natürlich in verschiedenen Schriftarten. So, hier kann man das so ein bisschen sehen. Ne, der Sivi. Man sieht schon, ne, man hat entweder diese klassische Schriftart, ja, oder halt eben ein bisschen ausgefallener. Den Schriftzug, den in der Mitte, den habe ich auch genommen. Ja, und für die Mädels, ne, für die Sivianerinnen hier schön mit so ein paar Diamanten, ne, der Sivi. Ja, genau. Und die sind jetzt zu verlosen. Also zweimal jeweils von einer Sorte. Das heißt, sechs Leute können die Verlosung gewinnen. Ja, ich packe dann auch noch ein paar Autogrammkärtchen mit oben drauf. So, wie könnt ihr mitmachen bei der Verlosung? Das ist eigentlich ganz einfach. Eins, erstens, diesem Video hier ein Gefällt mir geben. Also, Daumen nach oben. Zweitens, dieses Video einmal bitte teilen. Und drittens, auf die Facebook-Seite von MaisDicker.de, steht oben in der Beschreibung, gehen. Ja, und dann einfach die Seite mit einem Gefällt mir, mit einem Daumen markieren. Und schon nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Denkt dran, die Verlosung ist nur für volljährige Leute, also ab 18 Jahren. Und die Verlosung geht bis zum 9. April. Das ist nächste Woche Sonntag um 20 Uhr. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg vor allen Dingen bei der Teilnahme. Und wollen wir mal schauen, wer demnächst auch als der Sivi mit einem Sivi-Mobil durch die Gegend fährt. Alles klar, haut rein und denkt dran, besucht die Seite von den Jungs und Mädels von MaisDicker.de. Und, ja, genau. Ich bin gespannt, wer am 9. dann hier die Verlosung gewinnt. Alles klar, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Euer Sivi.